ich denke man kann das erkennen und dann hier der ein ausschalter steht noch drauf pay attention to tearing befüllen ok machen wir gleich alles aber wir müssen erst mal fertig aufbauen vier schrauben eine anleitung wie es hier aussieht dankenswerterweise auch alles auf englisch und bei einem schwedischen hersteller wäre jetzt zumindest der schraubenzieher dabei wäre auch dann angezeigt wie man das am besten schraubt aber ist nicht so schwierig das kommt hier drauf die schraube kommt rein